Das ist ja eigentlich so, kann man sagen, Magie, ne? So mag ich eher. Ja, toll. Dann nehm ich aber lieber als Neta und dann hat man wenigstens was zu tun. Ja, aber als Neta ist ein bisschen blöd dafür, finde ich. Weiß er nicht. Nimmst ja die Neta-Portale. Ist ja fast das gleiche. Muss halt nur ein bisschen laufen. Ach ja, mir fehlt ja auch gerade ein. Der hat ja auch Mistcraft drauf. Hat er auch schon erzählt. Halle. Er hätte ja gleich einen Technik-Mod nehmen können. Mistcraft ist aber keine Technik. Ja, aber dennoch. Was hat er? Factory? Factory? Ne, mein Factory Loaded, ne? Ja. Ach ja, um Tomcraft hat er auch drauf. Ja. Deswegen. Ich hätte ja auch gesagt, er macht nach und nach immer ein bisschen was drauf. Aber das, was er auch bauen will, dafür braucht er auch manche technischen Dinge auch. Ja gut. Das ist ja was anderes. Zum Beispiel das mit der Vault, was er da baut. Oh, das hab ich irgendwie mitbekommen. Ne? Da hat man ja Langeweile zu, ne? Oh, hat man ja Langeweile zu, ne? Da brauchst du jetzt nur noch Basalt. Hm? Da brauchst du nur noch Basalt. Ja, ja. Das brauch ich auch noch. Also das Ding ist. Hey, getting wood. Ich hab da so viel Eisen gefunden unten, ey, das ist krass. Wo ich das ausgehöhlt hab, alles. Hast du jetzt hier schon ausgehöhlt, ne? Hm? Hast du jetzt schon hier alles ausgehöhlt, oder? Ja, das hatte ich hier schon gemacht. Okay, mal gleich mal an. Bevor ich das auf den Serverrober gezogen hab. Alles komm, schau ich mal an. Neu. Hast du noch gesehen gehabt. Ja, aber nur, glaub ich, nur ein Teil. Ja. So, nicht alles. Da ist der Billy drin. Gut, das weiß ich noch, da sind Zombie. Das hab ich ja noch gesehen, ich dachte, du hast noch mehr gemacht. Ne, ne, das war nur das, was ich bis jetzt gemacht hatte. Mehr noch nicht. Und warum nicht? Darum. Okay. 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 Mal schauen, wie weit ich allgemein denn war. Autsch. Autsch. Hier war das Bürozimmer ja schon fertig und das Bad war sowieso schon fertig, ja. Keine Ahnung. Und was man ja gesehen hat, was ich jetzt, wo ich das gezeigt hab, dass ich die Ebene auch ordentlich angepasst hab hier. Aber das würde ich wahrscheinlich auch nochmal auskühlen wieder machen. Mal jetzt mit den Aufnahmen, das ganze Stück hier, alles abgetragen, naja, das dauert viel zu lange. Ich hab da ja schon per Hand das zu lange gebraucht und dann dachte ich mir, dann hatte ich nicht mal weitergemacht und durch die neue Forge-Version, die wir jetzt drauf haben, konnte ich dann alles mit World Edit machen. Das ist die Frage, die Frage. Ja, ja. Wo tu ich da noch die Bette denn hin? Eigentlich wollte ich oben die Schlafzellen machen, aber... Wird aber wohl, hier stehen die Kisten jetzt auch wieder alle im Weg. Aber gut, nach der Aktion, was wir ja gemacht haben, waren die ja nicht im Weg. Ja, ja, weil wir die alle abgerissen haben. Das ist halt jetzt das Problem. Aber die Feste sehen jetzt gut aus. Wenn ich da jetzt weiterbauen will. Hm. Könnte ich denn hier vorne hin machen, ne? Na ja, das Ding wäre ja unten jetzt. Stimmt, ah! Ähm. Hallo. Was suchst du denn? Meine Dias habe ich gerade noch gesucht. So. Meine coole Spitzsacke geht fast kaputt. Oho, seine coole Spitzsacke. Wie cool ist die denn? 30, 35, 39 erfahrungspunkte kostet das. Boah. Toll. Ich habe 16. Ich habe 2. Hm. Ich habe auf jeden Fall viel mehr. Naja. Ne, wie war das denn? So? Ne, auch nicht. Die Küsten stehen momentan ja nicht hinweg eigentlich. Aber ich trau bin da bleiben. Hm? Ich will keine Hammer raus. Die Küsten stehen momentan doch nicht hinweg. Vielleicht gerade. Ja, aber die hier aber. Du hast halt ja nur den Boden rausreißen. Mehr ist das ja nicht. Ja gut, da kannst du aber auch. Warte mal. Wie weit hat ich... Ich hatte glaube ich einen hatte ich auf jeden Fall vorgezogen. Das weiß ich. Einen mit den weißen Treppen hier. Ich weiß ja nicht wie viel du... Musst du auf den Server gucken gehen. Guck mal mit drüben. Aber ich habe hier nichts verändert mit dem Ding hier. Ich habe hier nichts drin verändert. Oh, mir fängt es gerade an zu bewitern. In real life? Ja, in real life. Ähm. Bist du da... Also ich habe jetzt 1, 2, 3 und dann kommt Treppe. Von der Ecke aus. Die Ecke und dann 2... 2 mal... Ja, das kannst du ja trotzdem so machen. Es ändert sich ja nichts. Bei mir ändert sich ja nichts vom Feld her. Ja doch, du hast hier so komische Ecken gemacht. Hier so diese schrägen Ecken. Sehe ich gerade hier. Ja. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, ne? Wieso? Weil das ja nicht offen bleiben sollte ja komplett. Jetzt hast du ja hier... Meinst du das hier? Ja genau, die hier. Weil guck mal, hier ist ja die Ecke. Hier an der Stelle. Warum ist an der Stelle die Ecke? Siehst du doch. Ja, das ist aber... Das ist scheiße, was du da gemacht hast. Die war aber... Die Ecke war eher da. Nein, das... Nein, die Ecke war eher... Die Ecke... Die waren schon länger da, die hier. Komm mal her. Komm mal hoch. Ich hab kein Ding hier hatte. Das hier oben... Die beiden Stinger hier, die waren schon vorher da. Ja, aber die Ecke, die hier... Die hier war nicht da. Weil ich die erst hingemacht habe. Ja. Aber hier hast du das generell schon vor das Glas gemacht, die Ecke. Ja, weil das Glas auch... Weil ich das Glas hier weggemacht hatte. Wartest du gar nicht? Doch. Nein. Ich bin da nicht da. Soll gleichmäßig bleiben und nicht das Glas. Hab ich mir dann auch gedacht, dass ich das gleichmäßig von dem Weg da mache. Ja, müssen wir gucken. Gleichmäßig von dem Weg. Ja, müssen wir gucken gleich. Ja, ist egal. Naja. Naja. Kommt die Ecke halt mit ins... Da rein. Und die Form von da hab ich schon vorgezogen gehabt. Kommt halt direkt, muss ich ja gucken. Ja, ich kann das auch nochmal anders anpassen, was ich hier in eine normale Ecke ran mache. Ja, du wolltest ja nur was gelassen. Du wolltest ja nur was gelassen. Und das Innere kannst du ja machen. Dann nehme ich das... Das Äußere ist ja egal. Dann connect dich hier dran. An der Ecke. Deswegen. Ich hatte doch hier die Ecke... Ich hab sie doch hier als Schräge gemacht. Mach hier die Schräge. Mach hier noch eine Schräge hin. Und hier kann ich dann normale... Hier kann ich dann einfach normale heran machen. Ja, da brauchst du... Ja, da brauchst du... Hier mach ich die normal... Hier machst du... Mach ich hier als normal normal? Hier machst du... Da machst du eine Schräge hin. Weil ich nämlich auf dem Bauserver... Ist nämlich das Ding einfach nach vorne gezogen. Bis hier hin. Das weiße. Das ist nämlich... Eins, zwei... Und hier ist dann... Die... Die Treppe. Also eine nach vorne gezogen. Damit das hier hingeht. In den... Ja, komm. Ja, ich kann die Ecke trotzdem hier ran machen. Dann haust du hier noch hinten was ran. So wie du das machen wolltest. Ach, strange. Strange. Das ist... Das ist hier unten, kommt sowieso weg. Kommt dann beiseite hin. Da kannst du ja wieder... Da kannst du den Carpenter-Dinger fast alle wegmachen. Hm? Da kannst du den Carpenter-Blöckers ja schon wieder alle rausreißen. Ja. Eigentlich gar nicht. Ich hab ja nur... Bei dem Bautzer was gemacht, ja. Ja, ich will dir doch hier die Carpenter-Dinger einsparen. Kannst ja machen. Spart ja genug. Wenn du das brauchst, brauchst du nicht. Na gut. Kommt schon. Weil die ganze Nacht für was anderes benutzen. Ich glaube, das. Ja. Wenn du dann das Dach machst, oder so... Weiß ich nicht, was du nachher für... Ach. Ich will nur diesen Dach da hinten drauf fliefern. Fleck mich. Jetzt hat er meine Carpenter-Blöcke aufgesammelt. Oder mein ein. Doorch. Du wirst ja so jetzt nicht so viel abreißen. Hä? Ah, das Klaß darf ich auch noch mal abreißen. Oh, halt doch was. Oh, ich muss was essen, sonst schnuchze ich gleich. Sonst baue du die Ecke da fertig und ich passe das nach alles von der Seite an. Hm. Ist egal. Wollte das Ding generell eigentlich gar nicht aufs Carpenter-Blöcke machen hier gerade. Was? Na hier, was ich aus Carpenter-Blöcke gemacht habe. Bist du ernsthaft auf ne Axt? Wann nimm doch ne Axt da oben? Auf der anderen Seite war eben... ...n anderer Block dran. Komm, kleine Carpenter-Blöcke, komm zu mir. Hä? Die Carpenter-Blöcke sind halt zu mir geflogen. Nö. Deine vielleicht. Oh. Meinen aber nicht. Oh Gott. Carpenter-Blöcke, Carpenter-Blöcke, Carpenter-Blöcke. Das sind deine jetzt. Hm. Soap-Stone. Bim, 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 bim. Na Gott. Ich hab kein Platz, das heißt, ich muss alles verschwinden. Bim, bim, bim. Mach mich schon wieder dumm. Bim, bim. Bim, 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 bim. Bim, 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 bim. Bim, bim, bim. Bim, 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 bim. Ach, yo, Headset, tschüss. Was hast du mitbekommen? Nö. Nicht? Nee. Headset gemacht. Aha. Und warum? Weil ich aufs Kabel gekommen bin. Habe ich mich versetzt, aber dann habe ich das Kabel... Bist du aufs Kabel gekommen? Dämlich, ey. Nein. Doch. Dämlich, dämlich, immer nur dämlich. Nee, nee. Ich weiß, wofür ich die Kabel in der Blocke auch nutzen kann. Und zwar für das Feld, für den Gravel Bay. Für dein Gesicht? Nee, für deins, ja. Sehst du doch drauf. Nee. Lass mich das mal hier lassen. Wenn ich jetzt gar die... Betten verrücken möchte. Ich weiß, dass ich es. Verr dealt diagonal. Wenn ich das super ist,